Ein langer, heißer Sommer. Ein Junge sucht das Abenteuer und macht eine Entdeckung. Von Gabriele Salvatores. Du hast ja Pudding in den Armen. Oscar-Preisträger für den Film Mediterraneo. Du bist doch einer von den Amitranos! Verschwinde! Die Jungs, die nicht so viel reden, gefallen mir am besten. Er hatte ein Geheimnis, in dem niemand wissen durfte. Wissen durfte. Wissen durfte. Eins, zwei, drei, Stern! Ein außergewöhnlicher Film über die Entdeckung eines schrecklichen Geheimnisses. Warum habt ihr ihn da unten versteckt? Ich verstehe das nicht. Warum? Die Kraft einer Freundschaft. Und wo ist er jetzt? Und den Mut eines Jungen. Sag's mir doch! Ich habe keine Angst.